Äh, Psychopathen-Chat. Äh, wie wird sich getötet, geköpft? Was will ich lesen? Ähm. Ich würde 100 Euro für die Beerdigung nehmen. Ähm. Boah. Können wir beide zusammen malen? Ja, du siehst doch, wie gut ich malen kann. Save eine PC-Maus. Ja, übrigens, ich habe... Äh, ich habe euch gebaitet. Das ist eine PC-Maus. Ja. Äh, okay, gut. Okay, danke. Ähm, jetzt, Leute. Ähm. Jetzt, Leute, werden wir, äh, erst mal wieder den Chat wegmachen. Das ist mir zu viel. Ähm. Ja, wo geht die Riven denn lang? Oh, Junge! Ähm. Ein Bit, dann A. Ich danke dir, Bo. Bist du draußen. Was hat denn mein Team gemacht? Executed auf Level 1. Okay, wir müssen uns konzentrieren. Boah, ich habe Ultra Hunger. Boah, ich habe Ultra Hunger. So, okay. Ich nehme jetzt meinen Blue. Weil die Gefahr besteht, dass Lissim, der hier den nehmen möchte. Ich packe mal ein E-Proc auf den Grom, damit ich mich durch die Machete heile. Durch die Machete, sage ich vor allem, ne. Okay. Okay. Ich mache noch ein E-Proc auf den Grom. Okay. Ich mache mich durch die Machete, darin Schroeger. Ich mache dir die F-A-B. Ich mache das vor allem, und ich menege die eine E-Proc auf. Um, ich mache meine E-Proc auf die Nummer. Ich lasse mir vor, weil es nicht um ein E-Proc auf die Nummer. Okay. Ich mache mich über die-Proc im Aus. Ich mache jetzt vor allem mein E-Proc auf Account. Und wenn ich mich, bei mir etwas leins macht, Was genau passiert da eigentlich mit meinem Team? Ich bin so far ahead, ey, das ist crazy. Oh scheiße, die wissen alle. Ich bin gleich Level 6, btw. Ah, bitte stirb, ja. Ich bin fucking Level 6, wenn die Level 4 ist. Jetzt jungle ich mich einmal runter. Ich bin so huge. Crazy. Okay. 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 Disaster Ich geh aus Base direkt dahin. Ich bin jetzt so stark, ne? Ich kann ein Shadows machen. Ist wasted hier. Komplette Top-Seite ist offen, ne? Okay. 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 Ich bin so crazy stark, ne? Heiliger Bumbum. Jetzt läuft Lee Sin in seine Top-Set, wo er kein einziges Camp-Up hat. Und ich herf in meine Bot-Set, wo alle drei ab sind. Oh mein Gott, ist das gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat die Ulda? Phil, du dummer Bastard, Junge. Mann, da darf ich doch nicht sterben. Junge, wie viel Damage macht die denn? Ja, scheißen Dreck, was hatten die für Items? Ich hatte Exhaust aber auch noch, oh Gott. Der Jin ist gebacked wegen der Wave, ne? Oh Mann. Oh. Fuck mal live, Mann. Da fliegen irgendwelche Vögel vor meiner Tür oder von meinem Fenster rum. Ich hab wieder alle Camps gehabt. 100 CS zu 33, what am I watching? 100 CS zu 33, what am I watching? Steck mal dein Messer weg und dann mit deiner Gabel umzugehen. Dann hat dein Vater auch alles und mehr sich im Gabel umzudrehen. Und deine krassen Gangster-Freunde trinken weiter für vier. Sie deal im Knarren nützlich, wenn sie durch deinen Alten marschieren. Du und, weil du deine Kohle für den Kinder, der mich kalt macht, lass mal besser sein. Gib mir lieber noch ein Jahr, wenn wir Zeit sein und ich mach das ganz allein. Mich hindert daran nichts, ey, das ist die Goopies-Wegel und in jeder Hinsicht einfach nur ein Kinderspiel für mich. Und das Wombobin hat jeder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter. Hier ist Fledam aus Land und so bleib ich in der Wagen. Damn. Ich bin so turbofett, ne? Ich hab gleich 10 CS die Minute. Die Jender soll einfach mal nicht die Krabbe machen, das ist kommende Nutz los. Ich brauchte auch keine Hilfe bei der Krabbe. Wir sind gestört und blüht denn was Böses, auch so wie Hitler's macht. Wir sind asozial und leben die meiste Zeit zurück. Ich mach jetzt Krux. Ganz orko, das Game, ne? Ich hab den gleich Flame Horizon, by the way. Drei Level ab. Ich mach so unglaublich viel Schaden, ne? Ich mach so unglaublich viel Schaden, ne? Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter. Hier ist Fledam aus Land, weil uns siehst du keine Zügel durch die Gegend fahren. Doch wir warten ungeduldig auf die nächste Warnbahn. In die Balkane untertrennt, die die Warnung untertrennt, die die Warnung untertrennt. Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter. Hier ist Fledam aus Land, und so bleib ich in der Warnung und lebe hier. Und das Wohnmobil hat Räder, verdammt, doch wir können hier nicht weiter. Hier ist Fledam aus Land, weil uns siehst du keine Zügel durch die Gegend gefahren. Doch wir warten ungeduldig auf die nächste Warnbahn. Ja, ist over, das Game. Wenn ich nicht troll. Ist fucking over. I mean, ist schon vorgekommen, dass ich troll, also von daher ist es noch nicht 100% over. Aber Riven, ich bin so crazy stark. Wie viel Damage ich mit einer Ult mache. Uff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist leider Mountain Soul, die Soul ist ein bisschen whatever Oh, nice gespielt, not gonna lie Decent late Also war toll von ihm, aber er ist aus der Situation gut rausgekommen Oh boys, it's over Was macht er denn jetzt? Oh my God It's a disaster Oh God, dass ich nicht einfach smiten kann Ach ja, das meine ich ne Das meine ich damit, wenn ich nicht troll Dass ich nicht einfach den Blühbuff finishen kann Irgendwie gewinnt trotzdem noch, weil ich geultet habe Ich habe Lee Sin zu spät gesehen Ich habe einfach nicht gesehen, dass der da rankommt Ich gehe erst Topside, Drake spawn in einer Minute In der Jungle, wenn ich mich runter bin, nehme Drake da, wenn ich da sein muss Oh, ich hatte so zwei komplette Trolltode Ich weiß gar nicht, wo mein dritter Tod war Der eine bei Kaiserbot und jetzt der Tod komplett gewastet In den dritten kann ich mich gar nicht mehr erinnern, vielleicht auch besser so Ich mache die Camps jetzt halt im Vorbeigehen, überhaupt gar nicht mehr richtig stehen dafür Ich habe Uld in einer Minute Ich bin 4 Level Up und ACS weiterhin Oh Gott, mein Team Trollt Ohne mich zu fighten ist schon Troll eigentlich Aber anscheinend sind die so stark, dass sie sich das erlauben können Ich habe meinen Burn drauf Ich kann den Solo machen Ich kann den Solo machen Ja, ich wollte Ich habe überlegt, ob ich wieder nicht smite, aber dann dachte ich mir so Okay, komm Einmal smiten kannst du Ich muss 2p VerRIS Nö Bist die S soll ich Doro? Trotzdem nicht droppen Okay. Wie viel Schaden ich mache, ne? Wie hat denn der Lissindes überlebt, ey? Hat der gesmited oder? Ach man, Kados zu spielen ist einfach schön. Ich habe wieder 3k Gold in der Tasche, ne? Ich kann mich an den Minions hier hochheilen, ist ganz nice. Ok, ich gehe weg. Ich habe jetzt Rabaddons, ich gehe jetzt Magic Pen. Boah. Boah. Boah, lecker Schmecker. Ist ganz schlecht, wenn wir da fighten, ne? Ist 3 gegen 5, also. Sollten wir halt einfach nicht fighten, so. Ja, schade, dass ich nicht öfter gepinkt habe. Glaub ich, das ist einfach mein Bad gewesen. Warte, war das eine Q auf Dynami? Ja. 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 Ich dachte, die hat nen Plan. Die hat so gespielt, als ob die nen Plan hätte. Aber... Die hat ja sogar mich disrespected. Wollten mich baiten. Wollten mich baiten. Ok. Ok, der töte mich actually. Krass. Ok, mein Bad. Ich dachte, mit Exhausten so kann ich den töten, beziehungsweise einfach überleben. Aber krass, ok. Mein Bad. Dachte ich. Hätte ich nicht mit gerechnet. Mittert hoffentlich nicht mehr so viel, aber... War ein weiterer schlechter Tod. Nice one. Sieht nach Game aus, ja. Ja, ich würd sagen... Das Game. Oh. Ist es noch vorbei? Nein, vielleicht... Ja. Okay. Ist vorbei. Geil. Geil. Ja, nice. Das war doch ein cooles Game. So. Oh. Keine Luft gehabt der Typ. Sehr cool, Phil. Gut gemacht. Danke dir, Ohne. Nice. 3-1 Placements. Das ist ja fast so, als wenn es gut laufen würde. Und ich krieg nur 46. 40.